Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Stefan Keppler von der Zeitschrift Lohnunternehmen. Hi Leute, hier ist Anne. Hallo, hier ist Bia von der Redaktion Lohnunternehmen. Ja, moin Leute, wir sind Bia von der Zeitschrift Lohnunternehmen. Hallo, ich bin Johannes von der Redaktion Lohnunternehmen und heute bin ich unterwegs in Sachen LU Harvest Angels. Wir wollen mit der Aktion LU Harvest Angels unseren Dank und unseren Respekt aussprechen für die Fahrer in den Lohnbetrieben, die fleißig in der Ernte sind, jetzt noch im Gras und eben demnächst auch im Mais. Hier haben wir zusammen mit Klaas initiiert. Ich habe eine kleine Präsenttasche dabei. So, unsere Decke haben wir jetzt schon drin in der Tasche. Dann gehen wir gleich mal zu den Kollegen und kriegen wir mal unser Kerper. Okay, würde mich freuen. Das kann man noch einpacken, eine Mütze. Das wird ja jetzt auch wieder ein Spät, aber ich finde, es ist vieler. Genauso wie unsere Maske, die wir auch aufhören mit ihrem Treckermotiv. Ich wollte dich heute überraschen, nicht nur mit meiner Kamera, sondern mit der Aktion LU Harvest Angels. Ich habe hier ein Care-Paket für dich. Wunderbar. Ein Kuschel Kaffee. Ja, das ist es für dich. Vielen Dank. Da ist ein bisschen was zu essen drin, ne? Oh, perfekt. Das passt ja gerade, meine Abwahrer kommen ja gerade nicht so ganz hinterher. Und, was ist noch Fäschung, oder? Wann ging es da vorhin los? Jetzt waren es in 6. Dann kommt mein Kaffee ja hoffentlich leider richtig. Und wie viel macht ihr heute ungefähr? Was habt ihr euch vorgenommen? Wir machen heute zwischen 30 und 40 Hektar. Und wie viel Abfuhrgespanne sind hier mit dabei? Wir ernten hier im Moment zwischen 6 und 10 Tonnen überall. Was gefällt dir als Mitarbeiter im Unternehmen? Was hast du ausgemacht? Man hat ja jetzt immer viel mit anderen Leuten zu tun. Jetzt in der Maisernte und so, da kommen ja viele Leute. Das ist schon ganz interessant eigentlich. Mais bringt noch mehr Laune als Gras. Ja. Also, alles Gute, schaff's gut. Ja, mach alles gut, ganz schön. Ja, mach alles gut.